Joooooo, mein ihr Verrückten und herzlich Willkommen hier zu einer neuen Runde Minecraft Sky Survival zusammen mit dem Minecraft-State-Fee Hallo! Na? And we gonna let it burn No! No! Boah, ich sterb gleich ey, Mann, Alter, das war richtig knapp gerade, ne? Ohne Spaß, Alter, das war so knapp ey, Alter, Alter, ey, boah, Alter, meine, mein Hals ey, tot ey, tot, 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 ich muss jetzt erstmal einen Schluck trinken in der Aufnahme hier, boah, Alter, bin ich hier, oh Mann. Wo waren wir überhaupt, äh, hin? Auf ne neue Insel? Äh, Deutschland. Edgar, Deutschland. Auf die Insel Deutschland, also, okay. Vielleicht gibt's sie ja hier. Gibt's sie hier, weißt du das, Justin? Ja, wir sind wahrscheinlich gerade drauf. Deutschland. Edgar, Deutschland. Okay, was ist denn das da hin? Na, ohne Spaß, ich möchte gerne auf Inseln, wo wir früher vielleicht noch nicht waren. Wir gehen wirklich mal da auf die Enderman-Party-Insel da, also, da sieht, also, das sieht mir, sieht mir schon richtig in der Party aus, also, guck dir doch mal an, die feiern da doch richtig, hörst du den Bass nicht schon bis hierhin? Oh, ich soll doch was essen nehmen. Hörst den, hörst den Beat so bis hier hinten droppen, ey, also, ich hör den schon. Oder wir gehen auf diese Weihnachtssensee. Alter, Weihnachten ist gerade vorbei, ne? Ja, also, das können wir jetzt da wohl nicht bringen. Ja, das ist halt diese Eis-Insel, die du eh meintest, ja. Geht ja jetzt, ich bin mutig, mach's ohne Kürbiskopf. Ich werd safe cold sterben jetzt. Ganz sicher. Also, ganz sicher, Leute, heute wird wieder eine spannende Folge. Also, wir stürmen, äh, stürmen, genau, stürmen. Stürmen, Leute, stürmen. Wir werden stürmen, genau, sterben. So, jetzt komm, lauf. Bitch. Bau schneller. Sonst schmeiß ich dich gar nicht runter. Ruhige ich zum Lachen, sonst lass ich Schiff los. Ja, so sieht das dann bei Justin aus. Alter, ich glaub, ich hab grad ein Skelett gehört, ne? Das wär jetzt gar nicht mehr so nice. Oh, Alter, ich muss mich richtig, ne, ich geh mal ein Stück zurück. Ich muss mich richtig zusammenreißen, ne? Ich wollt dir grad schon wieder einen Schlag reinhauen, ey. Ehrlich, das war, das war grad ein bisschen knapp, wirklich. So, Justin, jetzt mach mal einen Ticken schneller hier. No worse, was geht? Oh Gott, hier sieht man ja nicht, Alter, ist das dunkel hier. So, dann machen wir mal ein paar Fackeln hier, so. Zack, zack. Du setzt eine direkt in die andere. Ja, ist doch gut. Sieht man zumindest mal was? Oh, hier ist ne Kiste, die hätte ich jetzt so gar nicht gesehen. Naja, die Endermänner haben Angst vor mir. Ja, ohne Spaß, die haben echt Angst vor mir. Alter, Alter. Alter. Was ist los? Ich hab hier grad noch ne Kiste gefunden. Da war ein schlechtes Schwert drin. So ein Dierschwert mit Schärfe 6. Ja, alles klar. Wie viel angeschaut macht das? Und Verbrennung. 14,5. Ja, warum nicht, Alter? Du musst mein altes Schwert haben, auch mit Verbrennung und Schärfe 3 und so. Ja, gib mal her. Give me that mal her. So, hast du vielleicht zufällig noch was zum Ampfen? Äh, nö. Oh, guck mal, hier war noch was Geiles. Oh, was ist hier denn los? Ich hab noch was für dich. Oh, ich hab hier Party gefunden. Nice, ich hab ne Enderpette bekommen. Oh, ich guck die an und hier, warte, 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 warte. Das juckt die überhaupt nicht. Die musst du erstmal ne halbe Stunde angucken. Bis die überhaupt sich für dich interessieren. Guck mal. Was war das denn? Achso, hast du Raketen gekriegt? Die waren auch in der Kiste. Guck mal, zack, tschüss. Tschüss. Alter. Jetzt geht's wieder los. Huh. Oh, oh. Jetzt hab ich Angst. Ich glaub, das Misty ist nicht verreckt. Scheißegal. Die kommen eh nicht wieder. Also ich hab jetzt, glaub ich, auch schon zwei geschlagen, die nicht verreckt sind. Also bei mir ist noch nix passiert. Alter, draußen bellt schon wieder ein Hund. Äh, Hundetie bellt. Nein, wo? Wisserskelett. Oh, how I wish that you could be here. Dann sagen wir sie. Ne, ein paar liegen noch oben. Das Schwert und der Brustfanzig und die verzauberten Schuhe liegen noch da. Mein Mental, hä? Ne, warte mal. Mein Mental ist gar nicht voll, hä? Ah, jetzt kann ich die Sachen aufnehmen. Okay. Ja, gut, dass wir da jetzt gerade zehn Minuten auf dieser Insel rumgefeiert haben. Erstmal ein paar Spawners-Namen. Alter, hier oben ist immer noch die Party am Start. Ich glaub, hier ist übrigens einer, der noch ein bisschen sauer auf dich ist. Hier oben. Also der ist da ein bisschen am abrasten die ganze Zeit. Hier der irgendein, äh, äh, wie so ein Verrückter. Oh, hinter mir ist auch einer. Der ist auf jeden Fall auch verrückt. So. Thank you, thank you, thank you. Ja, toll. Und der Rest ist weg? Hast du zufällig das Holz bekommen? Auch das nicht verarbeitete? Ne. Scheiße, Alter, das war richtig viel. Hast du was zu essen? Nö. Das ist schlecht, ich hab zwei Herzen. Ein Herz. Ach so, äh, dann spielst du da gerade noch. Das heißt, wir müssen uns jetzt echt was Gutes einfallen lassen. Ich hab hier so Tränke. Da steht, äh, Direktheilung 4. Ich vertraue denen aber nicht ganz so. Nimm du zuerst. Am besten nicht neben der Abgrund, weil falls du stirbst, fallen alle Sachen runter. War das Heilung? Ja, ist Heilung. Okay, gut. GG. Wo? Alter, das kann nicht sein. Ohne Spaß. Ehrlich. Da ist einfach auf einmal ein Loch. Ich hab's nicht gesehen. Beziehungsweise zu spät gesehen. Ich hab's gesehen. Oh, scheiße. Ohne Spaß. Kann man verfickt nochmal so viel Essen immer verlieren, wie ich es tue? Ja, ich auch. Das ist echt nicht, das ist nicht normal, ey. Also, Leute, wir müssen echt mal irgendwie gucken. Das geht nicht, weil das ist auch eigentlich, also die Map ist ja gar nicht ausgelegt für diese Minecraft-Version, ne? Und früher, in der früheren Minecraft-Version hat man noch gar nicht so viel Essen verbraucht wie heute. Das ist halt einfach so. Wir vielleicht mal hier ein bisschen irgendwie nachhelfen müssen mit Essen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Zwinker, Zwinker. Weil es kann ja nicht sein, dass wir hier durchgehend einfach nur am Verrecken sind irgendwie. Ja, ganz ehrlich, eigentlich brauchen wir nur ein... Ne, ne, ne. Ein Karottenfeld. Dann können wir die Schweine mal vermehren. Ja, aber wir haben einen Karotten. Einen Karotten-Ding haben wir. Ja gut, das kannst du ja dann immer vergrößern. Wo? Alter. Ja, du fucking Anaman, verzieh dich. Verwärts, der bildet sich wieder da hin. Ach Gott, okay. Ja, dann schnell runter von dieser Insel. Die ist mir ein bisschen verrückt. Die ist mir ein bisschen zu verrückt. Ein Skelett hier. Ach du Scheiße, komm, verzieh dich. Oh nein. Nein. Okay, das ist jetzt anscheinend echt so, dass man mit drei Hungerköllen nicht mehr sprinten kann. Sonst konnte man mit drei immer gerade noch so sprinten damals. Echt? Ne, ne, konntest du nicht. Doch, ich glaube schon, dass du mit drei gerade noch so sprinten konntest, aber mit zweieinhalb dann nicht mehr. Ja, fuck. Was hast du dir denn jetzt gegeben? Das war eine Hexe. Ach so, ich dachte gerade schon, hä? Übrigens, hier ist noch Stuff drin. Nein, 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 nein. Wenn ich jetzt getroffen werde, bin ich tot. Ich kann das nicht nehmen, du mal. Ich kann es auch nicht nehmen, ich habe anderthalb Herzen, dann möchte ich das nicht nehmen. Ja, ich habe ein halbes, ich meine nur, mein Invertal ist halt voll. Warte, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Ich kenne mich halt einfach und sterbe hundertprozentig. Ja, gut, die Kiste habe ich jetzt. Eisen, Pfeile, kann ich auch mitnehmen. So, ich bin jetzt oben. Leute, ich habe es geschafft. Oh Mann, Alter, das ist echt geistig. Also komm, Äpfel kann ich ja einfach essen, kannst du ja eh nicht anpflanzen. Nö. Dann regge ich wenigstens, weil ich ein halbes Herz haus. Dann regge ich. Ein halbes Herz ist jetzt nicht so geil. Alter, das unten ist auf jeden Fall schon Party-Schweine. Disco-Schweine. Ding-a-ling-a-ling. Ding-a-ling-a-ling. Alle Discos, äh, alle Schweine singen. Ja, alle Discos singen alles. Ja, müssen auch mal singen, ne? Wieso nicht? Ja, das Problem ist, glaube ich, entweder hast du die ganzen Knochen oder ich bin mal mit den ganzen Knochen verreckt. Okay, ja, gut, dann hast du wahrscheinlich meine ganzen Knochen. Sehr nice. So, okay. Ich mache jetzt erstmal ein Karottenfeld. Karotten-Party hier. Oder lass mal eben kurz die Karotten ein bisschen hier, weiß ich nicht, was machen. Ja, wir brauchen, guck mal, Weizen brauchen wir eigentlich gar nicht. Nee, aber wir brauchen halt einfach, äh, mehr Dingsums da irgendwie, also mehr, ähm. Mehr Fläche. Nee, 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 mehr Schweine jetzt erstmal zum Vermehren, weil wir haben unten gar nicht so viele Schweine, aber wir können ja auch erstmal hier Kartoffeln. Ja, dafür brauchen wir ja Karotten, um die zu vermehren. Ja, Kartoffeln, warte mal, ich ja ein bisschen anbauen. Aber wir brauchen immer mehr Fläche irgendwie. Wieso? Reicht doch erstmal so. So, alles, ist doch alles Tutti, Wadenti. So, okay, ich, ich habe gleich richtig viele Kartoffeln, also zumindest ein paar. Kartoffeln? Ja, Kartoffeln. Was? Tomate, Tomate, Kartoffeln. So, äh, also wir haben sehr viele Enderperlen. Wie viel hast du? Ja, hier haben wir fünf, da haben wir, äh, 16, da haben wir nochmal 16, hier haben wir nochmal vier. Ja, dann, ne? Brauchen wir alle in eine Kiste. Ja, ich bin ja jetzt, ne, ist jetzt, kommt ja ziemlich blöd, dass ich das frage, ne? Aber ich bin schon so verplant, wegen diesen ganzen Spielmodis kann man in Minecraft eigentlich die Enderperlen, sind das die, die einen zum, also die einen zum Portal führen? Ja, das, äh, die dich teleportieren. Oder teleportieren die dich, äh, wirklich, also. Die teleportieren dich und eine Augen führen dich zum Portal. Ja, okay. Ja, weil, weil bei Spielmodis, das kann ja auch alles einprogrammiert sein, da bin ich mir immer nicht so ganz so sicher, was jetzt überhaupt noch real ist, real shit und was nicht mehr. Die haben übrigens noch eine Karotte. Ich hab eine giftige Kartoffel, würdest du die essen? Ja, du hast Karotten ja jetzt angepflanzt, ne? Ja, ja. Aber ich esse sie trotzdem nicht, damit können wir halt vermehren. Was, Karotten? Ja. Ja, ich geh jetzt auch noch unten und probier da jetzt nochmal irgendwie irgendwas zu heißen. Ich hab auch noch drei, also ich hab jetzt auch vier Karotten. Ja, du kannst, die kannst du ruhig essen, ich hab 42 Karotten, ich glaub, das reicht erstmal. Zum Vermehrten, ja. Oh. Scheiße, da ist ein Creeper gespawnt, kacke. Und ein Skelett. Können wir noch Kekse, die essen wir auch mal. Fuck. Oh. Na, hä? Zumindest haben wir ja auch noch unseren Kuchen. Wieso? Haben wir doch nicht mehr. Was? Weiß nicht, wo der Kuchen ist, aber... Was? Nein. Der scheiß Creeper hat gerade die... Ein paar unserer Schweine weggepfeffert. Der ist einfach explodiert, obwohl ich weggegangen bin. Hä, was ist das für ein bescheuerter Creeper, bitte? Will der mich eigentlich komplett verarschen, oder? Ja, und die Leiter hat er übrigens auch weggesprengt. Hättest du, was ich früher sagen können, bevor ich runterspringe? Egal. Hast du die Schweine wenigstens schon vermehrt jetzt gerade? Ja, ich hab zwei vermehrt. Warte. Hier sind auch noch zwei. Hier, die beiden, die beiden, die beiden haben schon... Wo, wo sind noch zwei? Hier. Oh, hier sind noch zwei, ja. Die anderen drei oder so sind, glaube ich, gerade draufgegangen. Die haben es leider nicht überlebt. Dankeschön, Creeper, an dich. Also, Grüße gehen raus. An den Creeper. Wenn ich die Leiter hochgehe, dann hab ich so einen Lichtpack, wenn ich nach unten gucke. Ja, genau. Das wird so lila und so. Nee, das hab ich nicht. Ich hab wieder dieses Geflacker, ey. Als wäre, weiß ich nicht, als wäre da irgendwie die Glühbirne kaputt. Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie irgendwas da auf jeden Fall nicht ganz reiht, ey. Is it rei, ei, 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 ei. Oh, is it wrong. Oh, guck mal, wir können auch zu diesem riesigen Baum da umgehen. Welchen riesigen Baum? In Sylvain war ja, aber ganz oben noch nicht. Da oben ist noch Obsidian. Da ist bestimmt, da sind bestimmt ein paar Kisten auf dem Baum. Ach so, ja, stimmt. Oh Gott, nein, Alter, Leute. Naja, ich würde aber sagen, das war's jetzt erstmal mit dieser Folge von Sky Survival. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung. Da haben wir sehen uns dann. Morgen wieder, macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.